muss man hier man wird ja besser man lernt ja was dazu okay was ist was muss man hier ich komme da nicht ran so jetzt upload darf ich ganz kurz meine meinung ganz kurz ganz schnell danach könnt ihr diskutieren ja und zwar kalle hat sich an da reingehangen die ganze zeit als das licht ausgegangen ist plötzlich kalle nach links weggeschossen das wird er niemals allein tun das heißt erst dahlo hinterher gerannt das ist mein das liegt schon ich fand am licht und bin danach zum admin table gerannt du kannst sie getötet haben und dann gewendet haben das würde gehen aber das hat mich so gewundert also ich habe gedacht dass kalle und du sind die admin table nummern alle gleich oder sind die unterschiedlich unterschiedlich okay dann dann okay aber wie gesagt ich habe gedacht kalle und daloo wären nämlich imposter das war so mein Ding und ich würde versuchen kalle für seine aufnahme ein bisschen mehr zu pushen anstatt umzubringen ich hatte die aufgabe kann ich hatte keine aufgabe ich hatte keine aufgabe ich hatte keine aufgabe sodass ich halt direkt losgelaufen bin war glaube ich die nummer eins bei dem leite out dann habe ich die lichter wieder angemacht und dann kam mir daloo entgegen um mir zu helfen theoretisch das kann ich zumindest so sagen ich finde es aber krass dass dadurch so auf mich schuldet weil er glaube ich selber hier ein bisschen ein play machen will aber ich glaube warum sollte kalle warum sollte kalle während die lichter aus ist der nach erst nach rechts gehen das macht ja gar keinen sinn aber ist hier nicht gerade jemand hinterher gestorben wo vier leute standen vielleicht ist das schon vorher oder direkt da ja ja das kann doch gar nicht also kalle geht nicht also ich war wirklich die nummer eins ich war ganz vorne ich meine mich nicht an dem licht deswegen kann kalle da noch gar nicht ich bin an der admin table habe den report gesehen daloo ray ich war nur ich glaube daloo ist safe ich habe aber noch ein indiz wahrscheinlich was ich in der nächsten runde bespielen werde wenn ich nicht tot bin ich glaube wir kriegen den wir müssen erstmal richtig schön was sehen okay äh ich muss erstmal meine ganzen Peter läuft mir halt wirklich die ganze Zeit hinterher wo habe ich denn Aufgaben Peter oh Peter ey wie geil oh Peter ey wie gut ist das denn ey wow 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 du kannst die das kannst du dir nicht ausdenken was für ein Arsch Alter was für ein Arsch Peter ist wow Peter das zahle ich dir heim wow das werde ich Peter so heim zahlen ey wow hallo meine Freunde wir waren eigentlich alle zusammen eigentlich sollte es jetzt easy sein what the fuck ja Peter sagt das immer übrigens wenn viel kräber in der Erde kommt ist yes es liegt die Leiche genau vor dem fixen des Lichtes im Office bin grad reingelaufen irgendwer war grad auch hinter mir glaube ich und hat mich gesehen ja aber dann kann ja nur du da Peter sein oder nö es kann auch jemand sein der gekillt hat und weg gewendet ist Peter und Mike Peter hat Mike reingereitet 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 ne also ich war der erste im Raum da war auch keiner mehr den ich davor gesehen habe ich habe reportet also müsste der Mörder für mich weg gewendet sein also das heißt der Leiche lag da schon als Licht aus war noch ja ich kam rein und er war tot aber das Licht ist doch angegangen die ganze Zeit oben links im Reaktor waren da Luca da Dados Jay ich auch und ich der Ray kam als letztes ja ja klar weil du kannst dich in Kontamination gewendet haben ich habe ähm am Anfang der Runde Cafeteria kann ich auch kurz erklären bin ich runden an die Asteroiden gegangen und die dauern halt ein bisschen dann kam der Reaktor und ich habe gedacht ich mache die jetzt noch fertig es sind ja noch genug am Leben und dann bin ich aber trotzdem mal noch hoch weil man weiß ja nie was ist ich wollte auch gucken ob da Leichen liegen klar keine dann habe ich meine Task oben gemacht wo man diese Dinger sortieren muss diese ja halt Kristalle und weiß nicht ich glaube Dalu weil er hat recht mit dem Content er würde Kalle nicht töten am Anfang er würde mit ihm spielen ähm Peter ist einfach komplett die ganze Zeit alleine und das ist super verdächtig also ich würde auch Peter nehmen als erstes yes es war blöd für uns raus yes yes ich bin die ganze Zeit das klingt jetzt ziemlich blöd ehrlich gesagt aber ich bin die ganze Zeit mit Nils gelaufen weil er sagte er will ein Freund und er ist die ganze Zeit um den Tisch rum gelaufen wo ich dann gesagt habe und wo warst du am Ende am Ende bin ich doch mit euch zu den Lichtern gelaufen und dann wieder zu aber von wo kamst du von unten links ja also ich habe bei dem Durchgang ich bin der Petar ja 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 rai doch hab ich doch ja 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 jawoll ja 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 alleine laufen ist halt wirklich katastrophal Luca, du bist wieder alleine unterwegs? Gehen wir da fast davon aus. Hab ich auch überlegt zu machen. Ich dachte, das ist smart. Falls wir doch falsch liegen sollten. Aber der Kill-Cool-Down hätte schon ready sein müssen. Ja, J-Bar kam bei mir und ich glaube, er hätte mich töten können. Und wenn zwei Imposter leben, hätte einer nur Kill-Spam müssen, weil du hättest keine Angst haben müssen, dass der Reporter wird. Dann wäre nämlich vorbei. Das heißt, Peter war Imposter. Ja, ja, ja. Das war nur... Und Ray hat mich gewogen. Ich wollte nochmal wirklich sagen, ich hab wirklich gedrückt, sieht mal auf meiner Aufnahme dann nachträglich. Aber irgendwie hat es das nicht... War das Dista Lights Out? Ich wollte nämlich auch schon sagen, hey, da hat einer nicht gevotet und dann sagt Jay, ich war es. Und ich so, hä, wie? Ah, scheiße. Du hast ja auch nicht gevotet. Ich glaube, es könnte sein, dass Peter May reingewogen hat. Nee, hab ich auch tatsächlich unsichtlich nicht. Aber ich hab wirklich gedrückt, Peter und drauf. Also ich sag dir nur, Dadosch, was die andere Alternative ist. Ray kam als letztes Reaktor hoch. Er hat oben rechts den Kill gemacht und ist in die Kontamination gewendet. Und kam dann nach. Keine Ahnung. Das ist die andere Alternative. Ich weiß auf jeden Fall, also aus meiner Sicht sind halt Dadosch cool. Aber wäre ich jetzt der Mörder, hätte ich jetzt auch Mike killen können. Ja, aber dann wäre ja egal. Nee, das ist cool. Können wir beide rausschmeißen? Nein, nein, nein. Das ist so riskant. Also wir müssen jetzt ja auch keinen voten, oder? Ja, genau. Wenn jeder Impostor war, chillen wir jetzt einfach. Also wir gehen davon aus. Also wenn... Ich muss noch einige Aufgaben machen. Ich muss noch Merkbäckung. Ich muss noch Merkbäckung. Ich muss mit Dadosch mitlaufen. Der ist halt blöderweise gar nicht... Also ich muss nach oben und rechts unten. Bedenkt bitte, dass wir trotzdem noch zwei Impostor haben können und es jede Sekunde vorbei ist. Ja, dann ist es auch einfach nicht. Aber dann ist es egal. Aber wir haben wirklich viele Aufgaben neu. Ich brauche echt ein bisschen Hilfe von euch, sonst bin ich tot. Also war es jetzt. Aber wenn du weißt, kannst du sie schnell machen. Skippen. Ja, verdacht liegt aber auf Ray oder dir, Mike. Ray und... Ja, Ray oder Mike. Also ich glaube halt, Mike hat... Bitte bleibt bei mir da. Ich sage, Ray hat den Kontaminations-Wend beschwert. Was glaubst du da? Also gehen wir jetzt Ray voten? Nein, gar nicht. Nein, nein. Nein, Skippen. Aber Jay will, dass wir einen Voten haben. Nein, Jay war auf mich schiefst. Ein bisschen die Spieler reduzieren. Nein, nein, ich weiß, ich weiß das... Adosch, was meintest du gerade? Ich habe das doch auch gestern im Stream nicht gewusst, wann man Voted und wann nicht. Ich glaube, also es könnte sein, dass Peter dich reingeritten hat mit seinem Kill an dem Electric, weil du bist da reingegangen, du musstest ihn reporten und das war nicht der Plan. Also das könnte sein, dass Peter weggerannt ist. Das ist sehr wahrscheinlich, wenn Peter verplant ist. Aber Ray und Jeff kam Peter auch unten von Matt, ey. Also das war echt komisch. Okay, ich habe sogar versucht, diesmal drauf zu achten. Ich habe mir nämlich gedacht, dass das passieren wird. Also am Licht standen, glaube ich, jetzt Mike und Ray standen drauf. Genau, ich war gerade Matt, ey. Genau. Näher an der Leiche stand am Ende Ray. Er stand näher dran als Mike. Mike stand ganz links, Ray stand ganz rechts, die Leiche lag rechts. Es ist zu 100% Ray. Ich habe mit Jay das Licht gemacht, ich habe gerade diese Knöpfe hochschalten wollen. Plötzlich kommt der Report. Ich wusste gar nicht, wer noch hinter uns da reingekommen ist. Ich habe nur Jay erst gesehen. Ich kann was sonst das machen. Also ich werde jetzt schon voten, für mich kann es nur Ray sein. Ray, was sagst du? Also dadurch, wenn du da deckst, weil Dalu war wohl auch noch da. Ich weiß ja nicht, wie die Spielmechanik ist, aber Kill und Instant Report finde ich ein bisschen halt komisch. Nein, 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 nein. Du sagst, das war kein Instant Report. Ich habe ewig gebraucht, ich bin gerade ans Licht gegangen, leuchtete der Report auf, bevor ich überhaupt Licht fixen kann. Nein, nein, nein. Die Leiche lag gut 3, 4 Sekunden oder 2, 3 Sekunden bevor reportet wurde, weil ich gucken wollte, welcher da sich bewegt hat. Weißt du, was wild wäre? Wenn du es wärst, dann würde ich komplett nicht drehen. Nee, Dadosch, ich bin jetzt die ganze Runde bei euch gewesen, da war Jay mal weg. Das habe ich erst gedacht, Jay ist es, aber Jay ist jetzt tot, deswegen kann das wohl nicht sein. Also Dadosch, ich sage dir, was mich wundert. Ich bin auch am schwanken, Dalu war nämlich der Erste, der nach Jay und mich hier reingekommen ist. Es kann natürlich sein, dass Dalu... Keiner der beiden ist zur Leiche gesprungen. Es hat sich niemand von den beiden bewegt. ich habe das nicht gemacht. Ja, nein, aber wenn einer Kill drückt, springt der Charakter eigentlich zu da. Keiner von beiden ist gemovt. Weil du es vorher warst. Aber Mike war weiter weg von der Leiche als Ray. Okay, also ich bin natürlich bei Mike oder Ray, wenn du es bist, dann GG. Nein, ich sage Ray. Natürlich gehe ich dann auch auf Ray. Wenn du sagst Ray, ich gehe auf Ray, ich würde skippen. Tu das nicht. Mike? Ich glaube, es ist Dalu. Mike? Ja, ich vertraue dir. Achso, okay. Hoffentlich, wenn Dalu das jetzt so geplayt hat, dann bin ich... Nicht schlecht, oder? Dann delete ich mich. Dalu ist so ein Fuchs. Ja, okay, gut. Alter, ey, das war jetzt voll die Assi-Wunde. Vor allem, Ray sagt so, Ja, fang ich auch. Die killen und die rugby-porten finde ich richtig kacke. Mach das genau so bei mir. Und das habe ich zweimal gemacht. Wow. Boah, Dalu, ich habe echt alles am Ende, das du mich doch durchfst. Ich war voll killgeil, die Runde irgendwie. Ich habe deine Figur gesehen am Ende und dachte erst, shit, nicht, dass du jetzt... Als das nichts ausging, war mir klar, dass das passiert, deswegen bin ich nicht mehr drangegangen und habe einfach nur mit dem Gesicht am Monitor geklebt und so Krupp-mäßig bewegt. Aber ich muss noch sagen, richtig Props an dich, Ray. Es waren irgendwie fünf Leute um uns rum. Du hast richtig Eier aus Krupp-Schall, dass du mich da einfach wegmachst ganz am Anfang. Ich dachte, komm, ich muss es jetzt einfach machen. Ja, das war echt krass. Dass dich trifft, wusste ich ja nicht. Es ist ja random dann, wenn ich kill drücke. Ich habe übrigens nur Nils gekillt. Also wir wurden da Kills angeheftet. Danke, Peter. Danke. Ich habe eigentlich alle Kills gemacht. Ray, wie bist du von oben rechts in Kontamination gekommen? Ich fühlte mich so verraten. Bis zum nächsten Mal.